Hi, heute habe ich euch mal ein anderes Heft mitgebracht, Ninjahre Sonderausgabe, das habe ich im Zeitschriftenhandel entdeckt. Das war ganz neu mit seiner Figur und das war ein Rätselheft, Rätsel, Geschichte und Comic. Ab sechs Jahren, kostet 5,99 und da ist Jay bei, Drachenninja, aber ohne Flügelchen ist er diesmal dabei. Auch coole Figur, wollen wir das mal zusammen angucken. Was ist das für ein Heft? Das ist bestimmt mehr was für Kinder, dass sie da rätseln können und so, aber Figuren nehme ich immer gerne mit. Spielen, Rätseln, Lesen. Mehr steht auch nicht bei. Hier haben sie den kleinen, den haben sie da eingekesselt. Aber wir gucken uns erstmal das Heft an und dann baue ich die Figur mit euch auf. Eine kleine Box ist das hier. So, alles cool. Cooles Cover ist das auch, das cool gemalt. Ach ja, hier ist es aufgesagt, wie man den aufbaut. Ob das noch so einbeinnehmen kann. Das ist auch schönes Papier, ist nicht so geschichtet. Auch das ist toll mit Rätseln. Comic ist auch süß gemalt. Ja, hier was zum Ausmalen. Ja, das ist doch süß. Das kann man für die Kinder gut mitnehmen. Das ist ja eine coole Friseur. So, auch hier ein paar Zsatz noch da. Ja, guck, da ist ja einiges, was die Kinder da machen können. Ich mag ja so Rätsel machen. Ich pusse ja gerne, ich bin so Rätselfreak. Lego Freak und Rätselfreak. So, was haben wir hier alles? Ach so, die ganzen Lösungen sind hier auch noch mit bei. Das ist ganz cool. Ja, das ist doch cool. So, da müssen wir auch gucken. Ach so, das hier auch. Ach, das hier diese Battlepacks da. Äh, Battlepacks hier, diese hier. Wo die immer zwei Figuren bei sind. So, in der Verpackung. So, der kommt mir nicht raus. Da müssen wir mal gucken. Ja, aber das ist die gleiche Figur, die auch in diesen Balken mit bei war, glaube ich. Von der neuen Quistalight-Serie. So, dann kriegt der seinen Kopf auch auf. Ja, der sieht auch cool aus. Ich liebe diese Figuren. Durchsichtige Arme, Beine, der Kopf ist durchsichtig. Cooles Schulterteil. Ja, hier, das ist auch für die Flügel. Cool, dass das mit bei ist. Da kann man sich noch Flügel dran setzen. Wenn man welche hat. Ja, das ist auch cool. Der Helm dann. Aber diese Waffen hat er, glaube ich, nicht diese Blitze. Die sind anders. Ich finde die auch ganz cool, diese Waffen mit dem Drachenkopf. Oder diese Griffe, griffe, nenne ich das. Machen wir da schon seine Blitzchen drauf. Guck, da haben wir eine coole Figur. Ja, das ist super. Für Kinder super. Ab sechs Jahren. Vielleicht ein bisschen eher, wenn das Kind schon weiter ist. Mitnehmen. Einfach mitnehmen. Coole Figur. Kann man schön mitspielen. Das ist auch cool. So, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Ich bin das Klemmsteinchen. Und tschüss. Ich bin das Klemmstein.